so wunderschönen guten tag bei einer weiteren folge stand rennen du opfer warum start ich hier direkt an der seite wunderschönen start hingelegt nicht schubsen was kann dieses auto dass das nur das ausgewählt werden kann was also kommt richtig 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 ich glaube vielleicht ist gewollt was wo muss ich nehmen Oh, okay, alles klar. Oh, ich hab's aber noch gerettet Ach ja! Aha, okay. Pff, nee ich werd nichts sagen. Ich hab keine Ahnung was hier abgeht. Ich will, dass ihr auch in das... Ja egal, ich sag nichts. Bist du dann schon vorbei oder... Nee. ich dachte das hast du mitbekommen haben wir doch gesagt ja dachte ich auch dass wir das gesagt ich habe gefragt warum haben wir dieses auto genommen und dann so sind wirklich die bande gefahren aber du hast doch selbst gesagt ach weil das springen kann und da dachte ich ist alles überflüssig wenn ich wunderschön durchgift ehrlich ja also es ist anscheinend möglich mein freund ja natürlich ist es es ist auf jeden fall schwierig ach doch okay nicht mal schwierig zu machen so beim first try ich bin ja was wie geht es hier weiter keine ahnung ich fühle ich was das ist ja gar nicht wo ich lange musste ich verstehe die strecke nicht moment ich komme jetzt von hier unten okay oder und ich bin durch hallo ich habe dann jetzt so graf wie es funktioniert kannst du nicht helfen ach so okay man muss es hier kaputt machen aber wie dämlich von mir kommt man hier verstehe der checkpoint ist da hinten oben hinter die oben okay jetzt habe ich es gerafft alles klar okay kommst du da klar lukas ich würde lügen wenn es so ist stopp ah fuck 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 soll man dann nochmal abspringen oder was checkpoint nee du musst dann oben parken auf dem kleinen stück ja dann musst du dann darüber springen durch diesen kleinen schlitz ja aber du stehst ja hier ne du stehst ja bei dem checkpoint und dann da das habe ich nein dann da bin ich schon vorbei aber dann ist hier noch mal eine plattform auf der stehe ich jetzt drauf stand es auch auf der weiß nicht das ist irgendwie alles logisch markiert du checkst nicht nee ich raff nicht wo du bist nein wenn du ihn direkt nach diesem schlitz ist ja noch mal so eine kurze plattform und dann kommt dieses teil was du durch bricht ah ja genau ja und da stehe ich jetzt auf dieser kleinen plattform und von da aus musst du springen zu dem teil was du durch bricht aber da komme ich aber nicht hin muss ich denn die höhere verspringen ja bekomme ich aber die gar nicht drauf ja mit dem fallschirm hat ja ich habe es geschafft du weißt dass du ein fallschirm hast oder ja jetzt weiß ich es dann ist es ja ziemlich einfach bestätige roger roger nach menschen skinners wieso ein bisschen anlauf nehmen hier ich verstehe nicht wo ich muss du bist jetzt bei du musst da oben auf so eine weiße plattform die sieht man ein bisschen versteckt ist sie ok ok ja und da kann man rüber springen mit dem brokkal jump ja ok ich weiß gerade nicht genau wo du bist eieieieiei also wenn du gleich hier bist und das super schnell schaffst dann heul dich jetzt häng ich hier auch schon wieder fünf minuten rum ja genau hier bin ich oh ja ne oh ich muss runter oh ah den hab ich verkackt aber nee jawoll jetzt hast du auch geschafft aber beim ersten mal hast du es geschafft ich hab easy die letzte zeit komplett daran verbracht irgendwie hä warte mal was hast geschafft Lukas ja ich weiß nur jetzt nicht wo es abgeht oh oh what ohne fallschirm oder was ach du kacke wie mach ich den fallschirm auf leertaste ne ok das muss mit fallschirm gehen stop ach ich weiß nicht der nächste punkt ist irgendwie verwirrend ah ok verstehe also wieso ist das so schwer weiß ich nicht jetzt aber jawoll oh oh was checkpoint gemisst ne ok ah ok alles klar alles klar ich verstehe das war doch jetzt ein wallride an einem nein schon wieder knapp verkackt scheiße ah jetzt ah ok das sieht doch schon besser aus das sieht doch schon besser aus wa 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 was was ok bist du jetzt auch hier bei mir Keanu ne ich bin jetzt gerade erst durch das Ziel wo wir uns wieder gesehen haben durch wo bist du wo bist du ähm ich bin bei einer stelle die ich bis jetzt noch nicht verstanden habe es äh geht von einem wallride in ein ja weiß ich noch nicht ehrlich gesagt habe ich noch nicht ganz kraft da willst du mir jetzt sagen dass ich darüber jumpen muss fallschirm aktivieren aha von einem wallride in den anderen wallride und ich glaube ich muss springen also es geht oh fuck es geht von einem wallride in einen jump den du selber machen musst in einen wallride ich kann gerade nicht zuhören hä ok na alles klar aha ha du schaffst ok was sagst du es geht von einem wallride in einen jump mit dem auto und dann in einen umgedrehten wallride aber du kannst hier nicht scheiße ey du kannst hier nicht oh höh ok der hat nicht gegriffen irgendwie aha ich bin jetzt bei einem wallride ja ich habe es geschafft es gibt nur einen da bin ich auch bin hinter dir ah ich bin ja ok was muss man hier machen so jetzt musst du jumpen Fallschirm ziehen auf der Zielscheibe landen und dann in den ja ich sehe es ich habe es gesehen hast du es geschafft ja nein nein ok weil es sah gerade so aus ne weißt du wie lange ich gerade gebraucht habe um das zu raffen wie es überhaupt funktioniert also wie der weg ist kannst du mir vorstellen oh fuck jetzt ist der wurm drin und da muss man da runter da wo das schwarze ist ok ich weiß wo ok alles klar das ist doch machbar ja wenn man nicht die ganze Zeit verkackt das ist mal vorangesetzt ne das sollte mal Grundvoraussetzung sein ne ja so wallride jump Fallschirm ankommen wallride ich krieg gar nicht den Speed darauf ich bin in dem anderen wallride ich bin danach es geht weiter in dem wallride und ich habe den Checkpoint und hier ist glaube ich die Start ja hier ist der Start Runde 2 wow ok euer Ernst naja ich wusste nicht wie lang die Runde ist euer Ernst sagt er die war vielleicht jetzt mal ein bisschen im Schnellvorlauf dafür weißt du jetzt wie alles geht genau wollt ihr mir mal kurz erklären wie ich den Speed aufbauen soll dass ich äh überhaupt mit dem Fallschirm dahin komme äh ich bin gleich bei dir glaube ich nein ja zeig uns mal weil wenn ich so genau hab wo du grad bist oh man oh man dann springt hier irgendwie so richtig Dullihaft quasi rum bevor man es gerafft hat so hier bist du hier Luca? ne ich bin dort wo ich über die Ecke jumpen muss ey komm das hat die ganze Zeit wunderbar geklappt in der ersten Runde jetzt hängt der hier dran scheiße mal dran engsten an dem Plattform Plattform Jump ok jetzt so Runde 2 2 es war am Ende gar nicht so schwer ne wallride in wallride ne wenn du da auf dieser Zielscheibe landest dann ist tatsächlich alles gut ja ja waaah ok das scheiße egal so gehts auch oh das war knapp scheiße egal so gehts auch ach komm das ist ein bisschen unstabil das Auto NOOOOO ich will schreien hallo was geht denn hier ab? Quatschemo ähm dieses brennende Ding runter keine Ahnung was das sein soll äh das siehst du gleich wenn du wieder reinfährst so wo bist du denn jetzt logas? ja das wirst du schon sehen wenn du hier ankommst immer noch weiter weg ok ich dachte du hängst hier tatsächlich weil ich hier so lange gehauen habe ich glaube ich weiß wo er ist ich muss jumpen in den boost rein und falsche Bögen mal ziehen aber das war doch smooth ah hier bist du ok hier bin ich auch äh jetzt so warte mal Lukas guck mal pass mal auf du nimmst hier so ein bisschen Anlauf dann aimst du für die letzte Rampe jetzt warte doch mal alter lass ich mich das doch mal dir erklären du bist ja ich aus jetzt hab ich's nicht gepackt aber das war ja eigentlich so nicht so das Problem jetzt konzentrier dich beim letzten Ding sonst musst du das hier nochmal machen sonst musst du das hier nochmal machen das Auto will nicht mehr ja Neustart F doch ich schaff's ich wollt grad sagen ey wenn du da jetzt Neustart ist dann war ja alles umsonst nein nein oh mein Gott ich hätte Pause machen sollen und einfach es genießen ach hier war ein Checkpoint okay alles gut okay also hier nicht den Fallschirm ziehen Lukas und natürlich abspringen das war auf jeden Fall nicht so clever auf jeden Fall nicht so clever okay war right war right war right jump jump doch fuck ich glaub mein Controller schwitzt so nochmal war right into jump into Fallschirm in in do war right komm schon wo hängt denn der Lukas immer noch nacht hier ne ja sind mittlerweile wieder war ach du scheiße war right okay ich wäre vorm Ziel warum eigentlich nicht mal rein fahren sehr gut gemacht sehr gut gemacht dieser Huber sehr gut jetzt spring jawoll was war das denn du musst da vorne schon wenn du da durch bist quasi da unten drunter durch musst du springen und dann direkt den Fallschirm ziehen ja mit wem sprichst du gerade mit dem Lukas aber jetzt gucke ich dir mal zu ja aber es ist gerade etwas ähnliches bei mir passiert aber ich ah ok ich hab das ja alles schon durch ich schau dir jetzt mal zu ja jetzt bist du ja auch da beim Lukas ja locker easy peasy aber jetzt mit Full Speed Alter das war mutig das war mutig warum sagst du springen wenn ich dann noch gar nicht winde Timo nein du bist doch da ja ja viel zu spät aber das sieht gut aus viel zu spät na das hättest du noch retten können das sah bei mir auch so aus ja eventuell ach easy peasy ich meine nur nach dem Wallride muss man ja nicht direkt springen hä what ok interessant ok ne siehst du so wäre der gerade eben auch gekommen ja ok ich nehme es zurück du hast schon recht jah e h 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 beide fehlen und jetzt mit konzentration ganz entspannt auf dem vormarsch und da ist der sprung und er sitzt und der fallschirm und er sitzt und wohl sei wunderbar seht ihr wenn ihr nicht redet dann funktioniert ernsthaft nein aber der ist noch bei er ich würde sagen dass noch bei ohne 1 mit deinem segen ja alles klar dann fahr ich jetzt die haben sie übrigens vorhin die ganze zeit gegangen ja den fand ich super easy ich fand es gerade so frech wie ich das die ganze zeit probiere und dann komm so angerast und dann springst du einfach dadurch wie ein junger gott sehr anstrengend sieben tausend nur es bringt gar nichts naja 11.000 verdient